So, wir sind jetzt hier in einer Villa im Hotel Paradis. Das hier ist der Wohnbereich. Dann ist hier eine Küche dabei. Hier zum Zimmer gehört, äh, zur Villa gehört Butler Service dazu. Und alle, die 18 sind, können ein eigenes Clubcar fahren. Das heißt, man muss nicht warten, dass man irgendwo hingefahren wird oder dass ein Clubcar frei ist, sondern man hat sein eigenes. Dann ist es so, die Villa kann mit sechs Personen belegt werden. Es gibt drei Doppelschlafzimmer hier. Zwei Stück mit Außendusche und normaler Dusche. Eins mit großer Badewanne. Hier das Bad mit großer Badewanne. Indoor Dusche. Hier. Und hier die Außendusche eins. Gegenüber ist dann auch nochmal eine Außendusche. Das ist das erste Schlafzimmer. Dann sind hier drüben zwei Schlafzimmer. Einmal hier ein Schlafzimmer. Und dann ist hier auch nochmal Badewanne, Indoor Dusche, Outdoor Dusche draußen. Und dann ist noch ein kleineres Doppelzimmer mit Doppelbett. Können aber auch einzeln gestellt werden. Und einem kleinen Badezimmer mit Dusche und WC. Highlight hier bei dem Ganzen ist das. Hier draußen ist eine riesengroße Terrasse. Mit Sitzgelegenheiten. Privaten Strandabschnitt. Und eigenem Barbecue-Grill hier draußen.